Gut, wir sind fertig. Jetzt müssen wir den Trank ein paar Tage stehen lassen, damit er wirkt. Solltest du ihn beim nächsten Vollmond trinken. Das ist in zwei Tagen. Gut, dass sie das weiß. Ich weiß, aber wenigstens ist der Trank fertig. Was machst du jetzt? Oh, nichts Besonderes. Ich habe im Moment keine neue Mission. Ich verstehe. Dann schlage ich vor, dass du dich fertig machst und gegen 18... 18? 18 Uhr in die Kandine kommst. Warum? Ich stelle keine Fragen. Komm einfach dorthin. Okay, okay. Könnte man... Sie... Ich hasse dieses O.K. Könnten Sie nicht einfach das ganze Wort hinschreiben? Tut jetzt auch nicht viel mehr. Es sind genauso viele Zeichen. Ich ging, um mich in mein Zimmer... Um mich in mein Zimmer vorzubereiten. Ich weiß zwar nicht wirklich, was ich tun soll, aber gut. Es ist gleich 18 Uhr. Ich sollte in die Kantine gehen. Woher weiß sie das? Sie hängt keine Uhr. Es ist komisch zu wissen, dass Ezreal dort auf mich wartet. Und dass ich eigentlich keine andere Wahl hatte. Doch, einfach liegen bleiben und schlafen. Aber das machst du natürlich nicht. Nicht wahr, Kari? Los, gleich bin ich da. Und dein Date wartet schon auf dich. Was? Ich freue mich schon, etwas Zeit mit ihnen zu bringen. Ich hätte die Zeit lieber mit denen an... Nein. Aber stimmt, die haben doch eine Überraschungsparty ver... Da war doch irgendwas. Ich beitrate die Kantine, alles war dunkel. Überraschung. Wow. Ich hab das jetzt echt enthusiastisch gesagt. Überraschung! Das Licht ging an. Wow, Oliver waren gekommen. Entschuldigt, ich mach das gar nicht fröhlich oder so. Ich bin gerade so ausgelaugt. Eine Überraschung? Aber warum? Wir wissen, dass heute nicht dein Geburtstag ist. Aber wir haben gemerkt, dass du in letzter Zeit ein bisschen traurig warst. Deshalb haben wir beschlossen, eine kleine Überraschung vorzubereiten, um dich aufzuhalten. Oh, Chrom. Das ist wirklich nett von euch, aber das wäre nicht nötig gewesen. Ich mag dich eben. Was du ist, der alle eingeladen hat? Ja. Ich habe mich mit jedem der Anwesenden unterhalten. Ganz schön komisch, hier so viele Leute zu sehen. Hallo, wir sind ja. Ich hoffe, du hast nichts geahnt. Nein, gar nichts. Ich war ein bisschen zu sehr mit Ezreal beschäftigt, wenn du verstehst, was ich meine. Überraschend? Ja, ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Umso besser. Mir fühle ich schwer, dir das zu verheimlichen. Ich kann nicht lachen. Ich entführe sie dir, Kero. Und wie gefällt es dir? Das ist eine gelungene Überraschung. Ich hasse Überraschungen, wusste dir das schon. Haha, sie amassiert dich gut. Es ist wirklich lieb von ihnen, sich für mich Zeit zu nehmen. Ordentliches kalt. Hallo. Und tschüss. Leifton, schön, dass du da bist. Als Kro mir von seiner Idee erzählt hat, habe ich gleich ja gesagt. Wie schön, dass du das jetzt noch extra betonen musst. Oh, danke. So würde er sich jetzt so besonders fühlen oder so. Jemand hat nach meinem Arm gegriffen. Es. Nein, schade. Wir sind ja. Und, gefällt dir deine Überraschungsparty? Wir hatten leider keine Geschenke, kein Kuchen und keine Deko. Haha, das macht doch nichts. Es ist schon toll, dass ihr euch für mich Zeit genommen habt. Merkt man, dass ich ausgelockt bin. Das tut mir echt leid. Da ist Karuto. Aber das überrascht mich nicht. Schließlich stehen wir in seiner Kantine. Ja, Senior. Oh, come on. Schön, dich hier zu sehen. Ich glaube, das ist das erste Gespräch, was ich jetzt ernsthaft führe. Und das auch so meine. Du freuen, dass alle hier seien? Ja, sehr. Aber ich freue mich vor allem, dass du da bist. Oh, tschüss. Weg ist er. Das sind Nephranwahlkern. Ich sollte mich mit ihnen unterhalten. Oder auch nicht. Natürlich reden wir mit Nephra. Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Oh, einen Abend mit dir hätte ich um keinen Preis verpasst. Oh, weik, ja. Es ist schön, dass du da bist. Nichts hinzufinden. Doch, es ist schön. Das finde ich auch. Es sind ziemlich viele Leute da. Fast zu viele für meinen Geschmack. Du magst keine großen Massen? Dankeschön. Dann sind wir ja schon zwei. Sagen wir so. Ruhige Orte sind mir lieber. Er sollte mich ein bisschen mit Nephra unterhalten. Er ist extra gekommen. Es wäre unhöflich, ihn zu ignorieren. Aber sie hat ja recht. Du bist auch da. Wenn dich das auf andere Gedanken bringt. Danke. Es sind ziemlich viele Leute da. Freust du dich? Ja, es ist schön, dass ihr euch für mich Zeit genommen habt. Ihr habt bestimmt wichtigere Dinge zu tun. Eine kleine Party tut manchmal ganz gut. Gefällt dir die Überraschung? Eine kleine Party ohne Kuchen? Was ist denn eine Party ohne Kuchen? Ja, sehr. Umso besser. Er holte sich etwas zu trinken und brachte mir auch ein Glas mit. Wenn es mädt ist, töd ich dich. Solche Abende sind etwas Schönes. Findest du? Ja. Es hilft mir, mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Ach, dir auch? Ja, ich glaube, das hatten wir alle nötig. Und jetzt genießt den Abend. Er ging weg, um sich mit den anderen zu unterhalten. Ausnahmsweise war er mal nett zu mir. Hey, er ist schon die ganze Zeit voll nett zu dir. Was hast du für ein Problem? Ich bin gerührt, dass sie sich trotz allem, was hier immer so passiert, die Zeit genommen haben, das für mich zu organisieren. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir gegenüber so aufmerksam sein würden, unabhängig davon, was ich von einigen Leuten halte. So, Yasinia. Anstatt weiter danach zu kribbeln, genieß mal lieber deinen Abend. Ich ging zu den anderen und unterhielt mich mit ihnen. Ich lernte die einzelnen Personen an diesem Abend besser kennen und erfuhr etwas mehr über sie. Zum Beispiel gestand uns Keoru, dass er in ein Mädchen aus dem Haikyuu verliebt war, das ich auch schon getroffen hatte. Aber als er ihr Vorschub zusammen ausging, hatte sie ihn leider abblitzen lassen. Wer war das? Was? Ah, ich weiß das. Wo war er denn so nervös? Ich weiß es nicht. Shit. Also wir sind das ja nicht, oder? Nein. Das wäre ja ein bisschen zu krass, glaube ich. Ja, wäre es. War es auch. Ähm. Wer war das denn? Wir hatten doch so eine... Hatten wir nicht so eine Andeutung? Mist, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Aber Keoru, so etwas darfst du an dem Mädchen nie sagen. Ähm. Vorschläge mit dir auszugehen? Doch. Das darf man. Oh. 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 Ups. Du bist so schön wie deine... Wie meine Mutter. Du spinnst doch. Damit machst du alles sofort kaputt. Okay, wie war das definitiv nicht, Gott sei Dank. Aber er hat uns ja auch... Er hat ja uns auch noch nicht vorgeschlagen, auch so gehen. Also ich habe eher daran gedacht, er hätte uns gefragt oder so mal, ob wir was trinken gehen, aber das war ja nicht so. Du bist so schön wie meine Mutter. Alter. Alter. Wirklich, das will ich auch nicht hören. Aber... Meine Mutter ist eine sehr schöne Frau. Das mag sein, Keoru. Aber aua. Peinlich. Du kapierst es einfach nicht. Wenn du so etwas sagst, denkt das Mädchen doch direkt, du hättest ein Oedipus-Komplex und du hast keine Chance mehr. Chance mehr. Ja, so ein Muttersöhnchen, ne? Aber... Oh, ich weiß nicht. Manchmal, wenn uns eine Person an jemanden aus unserer Familie erinnert, weiß das doch, dass wir uns ihr nahe fühlen und dass sie uns wichtig ist. Ist das dein Ernst? Nein, ist es nicht. Oh, meine Süsse. Du und Keoru, ihr habt in Sachen Liebe echt keine Ahnung. Punkt, Punkt, Punkt. Keoru, du hast deine zukünftige Ex mit deiner Mutter verglichen. Ersenia, du kannst mir nicht weismachen, dass du, wenn du über einen Jungen sagst, er sei wie ein Bruder für dich, ernsthaft an ihm interessiert bist. Dass du, wenn du über einen Jungen sagst... Okay. Also, ähm... Oh. Das habe ich über Leifton gesagt? Wann das? Warum habe ich das bloß gesagt? Er ist doch total süß. Äh... Ich mag ihn aber eben auch einfach nur, mehr nicht. Ich hoffe, er hat das nicht gehört. Äh... Es ist mir egal, ob er das gehört hat. Oder was? Das wirkt am neutralsten. Mehr nicht. Das ist typisch für euch Frauen. Ha, ha, ha. Seid ihr Männer etwa anders? Für mich sind alle Frauen von Wunder der Natur. Äh... Selbst die Alte aus der Kantine? Du weißt schon, die mit dem Damenbart? Stimmt, das ist eine eher eigenwillige Schönheit. Ich erinnere mich noch, dass sie dich mochte. Ja, aber zum Glück mochte sie mich nur. Mehr nicht. Und sie kleine Louisa? Hast du denn nicht gesagt, sie sei nur eine gute Freundin für dich? Bingo! Kleine fiese Schwester, die Lefra hat. Ich hörte ihnen zu, wie sie sich weiter neckten und miteinander scherzten. Ich liebe sowas. Da war ich. Ich würde jetzt tatsächlich mal gerne mit der Gadi tauschen. Also, Entschuldigung. Als es spät wurde, brachten die anderen nach und nach auf. Brachen, sorry. Ich entschied mich daher, aufschlafen zu gehen. Ich würde sehr gerne auf die Uhrzeit schieben, aber es ist auch noch eine humane Zeit. Geh in dein Zimmer, Dicker. Die beiden folgenden Tagen vergingen wie im Flug und schon war der große Abend gekommen. Los, ihr sind ja, es erwartet im Labor der Alchemie auf dich. Aber vorher muss ich noch Nisha füttern. Ich hatte heute noch keine Zeit dazu. Nisha füttern! Doch, hatte ich schon. Sie hat dann... Sie hat dann... Sie hat doch im Mittagdacht schon was. Nisha, meine absolute, adorable, dreiköpfige Katze. Ich liebe dich von Herzen und ich fördere dich jetzt. In meinem Zimmer wurde ich herzlich von Nisha empfangen. Ja, ich liebe sie! Du weißt, wann es etwas zu essen gibt. Es ist halt eine Katze, ne? Sie sind Könige. Als ich gerade wieder gehen wollte, knurrte Nisha und starrte auf mein Bett. Dort sah ich einen Zettel. Naja, Knurren? Was ist das? Und wer könnte ihn da hingelegt haben? Auf dem Zettel steht mein Name. Jemand war in meinem Zimmer. Shit. Ein Tarnungstrank. Wirklich? Bist du wirklich so naiv? Frag sie, welche Personen dich vergessen sollen. Warum sollte... solltest du deine Gedanken und deine Energie auf sie konzentrieren? Ach, und übrigens, das Wasser der Lette ist nicht umsonst in dem Trank. verwendet. Dein Freund... Eschkor. Was? Siehst du, ich hab doch vorhin gesagt, das stinkt. Irgendwie für mich. Ich hab mich nämlich auch schon gefragt, wer soll sie bitte nicht sehen? Menschen können das doch eh nicht und wer soll sie bitte vergessen? Das hab ich mich auch schon gefragt. Das stinkt für mich. Und ich... Das ist echt cool. Ich weiß nicht genau, was sie sonst von mir wollen. Und wer ist Eschkor? Ich habe das Gefühl, das muss ein blöder Streich sein. Das glaub ich tatsächlich eher nicht. Ich... Sollte ich diesem Eschkor glauben? Wer ist Eschkor? Ich weiß nicht einmal, wer es ist. Ich kann mich ja mal nach dem Wasser der Lette erkundigen und herausfinden, was das eigentlich ist. In die Bibliotheka. Es geht schon rein. Ich eilte schnell in die Bibliothek und fragte Ika, wozu das Wasser der Lette diente. Das Wasser der Lette? Lette wie der Fluss der griechischen Antike? Äh, ja. Vielleicht. Ich werde in meinen Büchern nachsehen. Ich bin keine große Erleuchte in der Chemie. Aber warum willst du das wissen? Ich sollte dir lieber nicht die Wahrheit sagen. Ach, nur so. Ich habe eben darüber nachgedacht. Du gehörst zu denen, die sofort eine Antwort auf jene Frage brauchen, oder? Ja, das könnte man so sagen. Verstehe. Also, das Wasser der Lette. Ein Element der Alchemie, das vor allem in Zaubertränken des Vergessens verwendet wird. In Zaubertränken des Vergessens. Soll sie das Haikyuu vergessen, damit sie den Söldnern überlassen werden? Können, damit sie in ihre Welt zurückkehrt? Ja, wenn du zum Beispiel möchtest, dass jemand bestimmte Erinnerungen vergisst. Diese Praxis ist allerdings nicht sehr legal. Dann sollte ich das Wasser nicht aus Versehen verwenden. Habe ich doch gerade gesagt. Soll sie das Haikyuu vergessen, damit sie den Söldnern übergeben werden kann? Und deswegen wollte mir Iko und den Jungs nicht, dass das mit ihnen gesprochen wird. Sondern, dass das über meinen Kopf hinweg entschieden wird. Weil wir das wahrscheinlich nicht, 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 da nicht zugestimmt hätten. Weil wir sie hier mögen. Und wir die Erinnerung an sie nicht hätten vergessen wollen. Scheiße. Haha, da besteht keine Gefahr. Die Herstellung ist sehr aufwendig. Die Eltern? Wollen sie wirklich, dass ich meine Eltern... Oh stimmt, sie hat ja die Energie auf die... Nicht, dass sie den Söldnern überlassen wird, damit sie nach Hause kann. Sie soll ihre Heimat vergessen, ihre Freunde und alles. Damit sie denkt, sie wäre da zu Hause und sie das Portal für sie nicht öffnen müssen. Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott. Sie wollen wirklich, dass ich meine Eltern fände? Haben sie mich nicht schon... Haben sie mich schon wieder belogen? Ich muss mit mir, Iko, sprechen. Danke, Ika. Freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Ich verließ die Bibliothek. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich konnte nicht glauben, dass sie mich schon wieder belogen hatten. Ich... Sie haben mich schon wieder manipuliert. Eine Weile suchte ich erfolglos nach Miko und je länger ich suchte, desto aufgebrachter war ich. Ich brauchte Erklärungen. Ich musste wissen, warum sie mir nicht die Wahrheit gesagt hatten. Warum wollten sie, dass ich sie ver... Dass ich die vergaß, die ich liebte? Und warum waren sie mir gegenüber so misstrauisch? Ich weiß nicht, wo Miko steckt. Und allmählich verliere ich die Geduld. Ich sollte zu Ezra gehen. Wenigstens weiß ich, wo er ist und er wird mir alles erklären. Er kann mich nicht anhören. Kann er nicht? Da ist er. Ezra! Oh! Haben wir etwas schlechte Laune? Komm her und trink deinen Zaubertrank. Danach wird es dir sicher besser gehen. Das glaube ich gern. Natürlich wird es mir besser gehen, wenn ich erstmal einmal alles vergessen habe. Wie bitte? Ich weiß, was es mit eurem Tarnungskrank auf sich hat. Ich war so naiv, euch zu glauben. Wie meinst du das? Ich weiß, dass das Wasser der Lette eine Zutat für den Zaubertrank des Vergessens ist. Ihr wollt, dass ich meine Welt vergesse? Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Hör auf, mich anzulügen, Ezra. Könntet ihr mir zur Abwechslung vielleicht einmal die Wahrheit sagen? Warum soll ich meine Eltern vergessen? Ihr Sinja. Ich habe genug von euren Lügen. Ich mache da anstarten zu gehen. Ezra hielt mich am Arm zurück. So ist es nicht. Nicht du bist, die die vergessen soll. Die Eltern sollen vergessen, dass sie eine Tochter haben? Ihre Welt soll sie vergessen? Wie meinst du das? Es tut mir leid, dass wir dich anzulügen mussten. Aber wären wir zu dir gekommen und hätten gesagt, hey, um unsere Nachkommen zu beschützen, müsstest du dich leider verhexen lassen. Es ist nichts Besonderes. Nur, dass alle Personen, die du auf der Erde gekannt hast, dich vergessen werden. Es wird sein, als hättest du nie existiert. Hättest du dazu gestimmt? Die Menschen, die mich gekannt haben, werden mich vergessen. Oh, Backe. Ich kann nicht sagen, was davon schlimmer ist. Die Leute zu vergessen, die man liebt, oder die, die einen lieben, dass sie einen vergessen. Damit sie einfach da bleibt. So was würden sie echt... So was würden sie tun, um diese Kosten für ihre Rückreise nicht zu bezahlen. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ja. Das ist das Ziel des Drangs. Du darfst auf der Erde nicht mehr existieren, wenn unsere Sicherheit gewährleistet sein soll. Könnt ihr mir das antun? Sie würden das echt... Sie würden das auch... Nur damit ihre eigene Sicherheit gewährleistet ist. Das ist so ein Arschloch-Move. Ich weiß nicht. Du musst das verstehen. Wir versuchen nur, uns zu schützen. Aber es geht um meine Familie. Ich weiß, aus moralischer Sicht bin ich gegen diese Idee. Aber ich bin ein Anführer einer Garde. Und deshalb bin ich für den Schutz ihrer Mitglieder verantwortlich. Auch für deinen. Ich bin nicht in einer Garde. Warum habt ihr nichts gesagt? Warum konntet ihr mir nicht die Wahrheit sagen? Ich habe es dir gesagt. Du hättest niemals zugestimmt. Es ist wirklich nichts gegen dich. Ezreal nähert sich. Er war mir noch nie so nah. Unsere wäre es auch... Unsere... Ich kann nicht mehr. Ups. Mein Schnupfen. Unsere wäre es auch lieber, du müsstest dieses Opfern nicht bringen. Ja, uns. Wäre es auch lieber, du müsstest dieses Opfern nicht bringen. Oder der Garde? Weiß ich nicht. Ihr lasst euch von eurer Angst leiden. Das ist doch völliger Unsinn. Vielleicht. Aber es ist besser, wir sorgen vor. Aber zu welchem Preis? Hast du keinen Moment daran gedacht, dass ich hätte zustimmen können? Wirklich? Weißt du... Wir sind ja... Wir sind ja... Bitte trink es. Ihr hielt mir den Trank hin. Was soll ich tun? Einerseits verstehe ich vollkommen, dass sie zu dieser Entscheidung... Was sie zu dieser Entscheidung bewegt. Sie möchten ihre Leute schützen. Andererseits bin ich fähig, mein ganzes bisheriges Leben für sie zu opfern. Den Trank trinken, den Trank nicht trinken. Ganz ehrlich... Würde ich nicht. Egal wie sehr ich esere oder die Garde oder so mag. Sie wird irgendwann doch nach Hause zurückkehren können. Und dann hat einfach jeder sie vergessen. Sie hätte gar kein Leben dort. Okay, sie ist ja ausgezogen und so, aber... Was ist das für ein Leben, wenn einfach jeder, der sie vergessen hat, Familie, Freunde, Bekannte, wie auch immer, sie vergessen hat? Das könnte ich nicht. Ich habe nicht so viele... Zum Beispiel ich selbst habe nicht so viele Leute, die mich mögen oder die ich mag oder so. Aber ich würde niemals wollen, dass sie mich vergessen. Das könnte... Nein. Den Trank nicht trinken. Ich trinke das nicht. Ich weiß nicht, wieso die, die ich liebe, mich vergessen sollten. Und das nur wegen irgendwelcher Vermutungen. Ich weiß, dass mein Verhalten ihnen egoistisch vorkommen musste, aber ich bin nicht bereit, dadurch meine Familie zu verlieren. Wäre ich auch nicht. Außerdem sind sie egoistisch. Diese Garde, die sind richtig egoistisch. Sie wollen in Kauf nehmen, dass jeder sie vergisst, nur damit sie den Preis nicht dafür zahlen müssen. Das kann ich nicht verstehen. Oh, scheiße. Das... Das Bild... Oh Gott. Das Bild wird so zustande kommen, wie ich es mir vorhin schon gedacht habe. Gut. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Hm? Scheiße, es ist wirklich so. Das Bild kommt tatsächlich so zustande. Esere trank die Flüssigkeit und näherte sich mir. Oh, scheiße. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh, oh, oh. Ich hasse es. Nein, ich muss weitermachen. Aber was? Hä? Ich würde Eseres nicht mehr um meinen. Aber was? Oh, ich... Ich hatte so viele Vermutungen während dieser Episode gestellt, die irgendwie sich doch immer etwas abgewandelt haben. Und sie hier am Trank zum Beispiel erst dachte ich, die anderen... Sie soll zum Beispiel die anderen vergessen, aber es hat sie ja auch erst so gedacht. Aber ich habe, als ich das zum ersten Mal erwähnt habe, ich habe gedacht, dieses Bild kommt einfach zustande, weil ich ja auch schon gedacht habe, mit dem Trank stimmt irgendwas nicht. Und wenn sie sich weigert, den dann doch zu trinken oder irgendwie so, dass die Person, mit der man den Trank zusammengestellt hat, die selber trinkt und der Gardi selbst einführt durch den Kuss. Genau das habe ich mir so gedacht. Und ich hasse es, dass ich dieses eine Mal Recht habe. Ich hasse es. Ich will nicht. Ich wünsche, ich hätte nicht recht gehabt. Aber ich wusste ja, dass diese Episode ein Mindfuck ist. Ein Moment lang verstand ich gar nichts mehr. Sich wehren, sich küssen lassen. Wieso gibt es dabei denn noch eine? In jeder anderen Situation hätte ich sich küssen lassen gemacht, aber ich glaube, wir müssen uns sich... Wir wissen ja, dass er uns den Trank einführen will. Sich wehren. Ich versuchte, mich zu wehren, aber Ezra hielt mich fest im Arm. Es sah nicht so aus, als würde es ihm gefallen. Also warum ließ er mich nicht los? Ich wünsche, ich könnte Screenshots machen, aber ich bin zu blöd, um Screenshots zu machen. In diesem Moment verstand ich, was er vorhatte. Seine Lippen öffneten sich im selben Moment wie die meinen. und ich spürte, wie die kalte Flüssigkeit des Tranks aus seinen in meinem Mund lief. Er hatte den Kurs genutzt, um mich in eine Falle zu locken und mich zu etwas zu zwingen, was ich nicht wollte. So egoistisch. es war, als spürte ich die Erinnerungen meiner Eltern und all der anderen Menschen, die ich gekannt hatte. Sie verschwanden und allmählich. Ich fühlte, wie ich nach und nach aus ihrer Erinnerung verschwand. Sie existierte nun nicht mehr. Wie konnten sie uns das antun? Wie konnten sie nur? Wie konnten sie nur? Eserell brutal wegstoßen, ihn wehren lassen, freundlich wegschieben. Ja, freundlich wegschieben. Nee, sorry Eserell. Weg, weg mit ihm. Ich stieß Eserell weg und gab ihm eine Ohrfeige. Verdient! Ich wollte das nicht. Warum hast du es denn nicht getan? Sei still! Ich will nichts hören! Ich Es tut mir leid. Das war nichts gegen dich. Halt die Klappe! Verschwinde! Ich bin außer mir vor, Ruth. Er ging all ich weg. Mein Gott, was was habe ich bloß getan? Wieso ich? Wieso sie? Ich verließe nun ebenfalls das Labor. Ich war vollkommen aufgewühlt. Ich hätte mich wahrscheinlich so zusammenreißen müssen, hier nicht alles vom Tisch zu stoßen. Nicht nur zu stoßen, zu werfen. Die verschiedensten Gefühle möchten sich in meinem inneren Trauerwut, Verständnis, Ekel und das Gefühl verraten, geworden zu sein. Was für ein Mindfuck! Ohne nachzudenken, schlug ich den Weg zu meinem Zimmer ein. Unterwegs traf ich auf Meiko, die ich vorher vergebens gesucht hatte. Hey, wir sind hier. Es wird bald Zeit für den Zaubertrank. Du! Stimmt irgendwas nicht? Meine Wut Luft machen, sie anschreien, um mich abzureagieren und blüten zu werden. Meine Wut Luft machen. Ich weiß, wozu dieser Trank dienen sollte. Man hat mir alles gesagt. Er sollte mich nicht tarnen, sondern dafür sorgen, dass meine Eltern und meine Freunde mich vergessen. Da klappt dir der Mund auf. So geworden. Ich glaube, ich hätte sie anschreien sollen. Aber das war ja eben auch genauso gut eigentlich. Scheiße, war das denn? Oh Gott! Die Episode ist ja wirklich so schlimm wie jeder es gesagt hat. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht. 145 ist das gestiegen? Nee, ich glaube, das ist nicht gestiegen. Das blüht so. Also das blieb alles so beziehungsweise Ezreal wäre wahrscheinlich gestiegen, aber es kann ja nicht weiter steigen. Chrom ist gestiegen. Miko blieb so. Krooshen glaube ich auch. Ika ist ein bisschen gestiegen. Alaya ist gestiegen. Leften ist auch ein bisschen. Ramon weiß ich nicht. Karin weiß ich nicht. Erwin blieb. Die anderen habe ich nicht getroffen. Karin weiß ich nicht. Karin weiß ich nicht. Karin weiß ich nicht. Ich glaube, Mary hatte ich... Weiß ich nicht. War der vor 5 oder 0? Weiß ich nicht. Scheiße war das ein Mindfuck. Was mache ich hier bloß? Ich kann nicht. Also ich wusste ja, dass die Episode kein Zuckerschlecken wird und dass das Bild nicht so zusammen... so zustande kommt, wie man es erst vermutet. Aber dass es so heftig wird, das habe ich echt bei Gott nicht gedacht. Ich werde dieses Bild nie als irgendeinen Hintergrund mehr verwenden können, weil ich einfach weiß, was dahinter steht. Ist doch schlimm. Scheiße. Also ich habe jetzt alles in einem Durchgang aufgenommen, weil ich einfach ja demnächst im Urlaub bin. Also morgen schon. Und ich auf jeden Fall alles mal aufnehmen sollte. Ich weiß nicht, ob ich das im Urlaub hochladen kann. Ich habe jetzt ziemlich genau 4.000 Mana verbraucht. Durch bewusst oder auch leider ein bisschen zu viel herumgelaufen. Aber das ist in Ordnung, weil, seht, ich bin immer noch über 13.000. Das ist... In einem Wohner kommt der nächste. Da sollte ich ja schon fast an 20.000 oder so dran sein. Wir werden sehen. Scheiße. Ich weiß nicht. Ich kann da zunächst mal sagen. Ähm, viel Spaß bei der Episode, falls sie sie selber noch nicht gespielt hat. Sie wird scheiße. Oh Gott, sie ist so gut, dass sie scheiße ist. Sie ist so scheiße, dass sie schon wieder gut ist. Ich weiß es nicht. Es ist... Ich weiß nicht. Ich muss gleich erst mal irgendwo in meine... in eine Ecke meines Zimmers gehen und weinen. Das muss ja jetzt nicht noch im... Let's Play so dabei sein. Und danach brauche ich wahrscheinlich erst mal ein Kakao und Beruhigungstabletten und meine Chatgruppe, um mich da auszulassen. Okay. Bis zum nächsten Monat, sehr wahrscheinlich. Da wird sie ja wiederkommen. Keine Ahnung wann. Ich schätze mal gar nicht. Ich kann kein Datum schätzen. Und gehabt euch wohl. Yay. Okay.